Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer Warte geht's So was machen wir denn heute Ich würde sagen als Standard hier Einfach mal eine schöne Team-Deathmatch-Party Oder? Warum denn nicht? Eine schöne Team-Deathmatch-Runde Wieder mal auf Eweck Auf Eweck Wunderbar Das Spiel beginnt jetzt, denn mach hin Erstmal stopp ruhig starten Schaut eigentlich aus mit Punkteserien Guck, wir haben was Neues freigeschaltet Sehe ich erst grad, wir haben den Dart freigeschaltet Ach, das hatte ich ja mal In den Vorräten oder so Fand ich irgendwie nicht so geil Könnte man ja irgendwie steuern Und dann ein paar Raketen irgendwie abfeuern Wenn das das war, was ich meine Naja, mal schauen Ach guck mal, wir haben nebenbei ein Doppel-TEP Sehe ich erst das grad Hatten wir ja schon seit zwei Parts Oder ein Part irgendwie Zwei Parts habe ich ja Aufgenommen schon Oder zwei Drei? Keine Ahnung Ich nehme einfach mal die Vorräte Isriff Isriff, versuchen wir mal was zu reißen Ja, kämpft dir den Arsch ab Wir sind auf jeden Fall grad momentan in der ESL-Liga Aber es geht um 10.000 Euro Und ihr müsst auf jeden Fall schön alles up-aimen Denn äh... Es geht halt um 10.000 Euro, ne? Ganz klar Ach, wie ich schon Leute liebe Die einfach irgendwo rumliegen Am Anfang Und keine Ahnung was Und die Schweiharden halt rumgegeben Der ist erledigt Der ist erledigt Cleaner beseitigt Mal laggen die oder lag ich wieder ein bisschen Ich glaub das Spawn hier kann nicht sein Hm Hm Verbündete Drohne nähert sich Was ist denn hier was? Wacht da Ja Warum muss ich auch hinter den herrennen Wie so ein Wilder, er weißt du? Und von irgendwo wo ich her Halt schon wieder angeht der Match Ach man Wart geht hier so ab? Blitzler-Koordinaten erhebt Aha Sehr schön Da ist irgendwas Alter wie ich leck? Guck dir das an Mein Modell sich einfach Von links und nach rechts leckt Ist echt hart Ist echt heavy Ja jetzt spiel ich grad um die 10.000 Euro in der RSL Habt ihr grad gemerkt? Wie ich einfach abgeämt habe Ja Der spielt halt auch um die 10.000 Euro Guck ihn dir bitte an Tja Die hat gleich gefressen Alter das ist richtig geile Posi eigentlich hier abzu-aimen Heckt mich am Arsch Das ist wirklich scheißgelein gewesen Ich Manu Ich war doch meiner Da schaut doch noch mein Name drauf Watt Outrider neutralisiert Watt Alter wie ich leck Ein Abschuss Guck noch einmal raus Kürmer Und schieß mich halt um Alter der benutzt die ganze Zeit seine behinderte Sniper-Auto-Fucking-Pump-Gun-Action in der Haus Ey Genau das Der Typ geht mir halt hart auf die Nüsse Scharfschütze Scheiße 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 Ich hab hier einen kleinen Stift gefunden Der mir nix bringt Ah Toll Schön Na komm 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 Doch nicht Puls die Mord an Komm 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 Danke Ich warte nochmal rein Ja es leck ich Warum leck ich? 33 Ich glaube hier gut Cool Ich dachte die lecks sind jetzt weg eigentlich aber nee jetzt ist immer noch ein bisschen alte kamelle da sind wir noch welche machen macht doch nicht so schwer wo ist der mit ein paar licks wieder mal unterwegs ich habe hier echt schon das spiel bei mir so bisschen internet links hat ich dachte ja schon kurze zeit das liegt ja mein typ oder so aber ich hatte ja auch schon vorher dieses moderate bei anderen cods ich hoffe einfach mal sobald diese server bros liste irgendwie mal drin ist sobald das rein gepätscht wird was ich mal hoffe dass es noch passieren wird dass es dann irgendwie besser läuft und sicher der der server ist gut ping gut geh ich rauf ich habe einen 70er ping what the fuck warum habe ich den 70er ping oder sollte ich meinen router neu starten könnte ich ja mal nach der aufnahme machen mache ich mal nach der aufnahme das wäre glaube ich nicht so x verkehrt ja komm mal verlassen neu suchen bitteschön und kommt schmeißt mich halt einfach wieder in der lobby rein wo ich dachte schon er schmeißt mich gleich wieder rein irgendwo wo die runde schon lange läuft irgendwie und wo mein team einfach ablust und da habe ich halt einfach hier drin kann man ja eigentlich auf normal team deathmatch modus auch irgendwie auf die map nüktron treten ja noch bestimmt das kann auch passieren ja moment haben wir etwas freigeschaltet den griff ich glaube schnell wechselt zur zielverrichtung ist gar nicht mal so schlecht aber eine tarnung lackierung oder so das wäre auch richtig jawohl sieht doch geil aus er sieht auch sexy aus das hat auch style dieses grün da in der mitte reingepumpt 0 was ist wie ist der 0 hat 0 0 dat 0 wat wie ist der typ zeugen mal die spielerliste ich kann man schauen der typen da 0 setzt sie hoch jetzt lege ich ja mal genau darüber bin ich höre sie ruhig bin sie zu knallen glaube ich freue mich ich werde ich in den arsch füssen ach das team ok da kenne ich mich eigentlich schon recht gut aus auf der map könnte gut sein dass hier gleich einer entlang kommt kam auch einer aber der schon tut warum muss der denn auch schon soweit sein warum steht da nicht auch noch irgendwo angehütet und ich bin aber klar wollte schon sagen kriegst du den typen jetzt ich habe den so hat angehütet der hat gar nichts mehr respekt weil es eben der typ dazu und soviel dazu ach ich finde es geil ist trotzdem zwei gegner weg muss da noch einer sein ist das ist das ist immer geil du kämpfst ich kämpfe halt die ganze zeit immer wieder gegen zwei oder drei leute wenn ich es schaffe irgendwie aus zufall zwei weg zu holen heißt ok jetzt sind die aber nur zwei aber trotzdem werde ich weggefickt bei meinen keine ahnung nachher ich hoffe es nie eigentlich aus warum kommt warum muss erste frage warum muss mein typ wollen wenn ich nur ein bisschen gegen die wand laufe ne bin ich nicht dass wir schon wo ich mag dich nicht na ja was war das war dass du nahte mine oder aber na egal habe ich trotzdem noch weggefickt mit meinem Kulbenschlag oder was auch immer. Komm, guck. Guck. Mhm. Warum, ganz ehrlich, warum musste jetzt meine Rüstung ausgehen überhaupt? Wirst du meine Rüstung nicht aus und dann sehe ich immer wieder gleich sofort entgegen? Das ist eh mal das Geister. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht spielen. Na, kommt jemand hier gleich? Geil, ey. Habe ich schon die ganze Zeit da oben geboostet, wo er mich nicht treffen kann. Kam da ran und dann hat er gleich mal wieder meine Faust in die Fresse bekommen. So muss das laufen. Komm. Komm, Junge. Alter, what the fuck? Das will ich sehen. Irgendwie übertreibst du halt. Was hat der denn für eine Reflexe? Oh, hinter mir. Da war irgendeiner. Huh. Huh. Hä? Da bin ich wohl auf einen Trick reingefallen, meine lieben Freunde. Ich bin selbst tot. Ah, ich habe auch den Klingel bekommen. Ja. Geil. Der ärgert sich grün und blau, glaube ich. Einfach rauflaufen. Nee, muss ich da hin. Huh. Huh. Mama. Das war ein geiles Movement, aber trotzdem bin ich tot, weil da jemand noch hinter mir kommt. Geiler Typ. Geiler Typ. Schafschütze. Ja, ich bin weg. Kein Bock auf Schafschütze. Okay, super. Sehr schön. Hiervon hängt zu viel ab. Einsatz. Weiter, hinter mir. Da, auch noch einer. Huh. Mama. Huh. Wölter. 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 Ich brauche einen Lasermarkierer, Visier, Zeug. Ich renne die ganze Zeit mit dem No-Scope rum, ey. Die ganze Zeit aus der Hüfte ballern, wie so ein Behinderteil. Das ist nicht mehr normal. Ah, nee, lass mal stecken. Entweder der hat Früstung oder er ist einfach nur so ein Lockvogel und darauf habe ich echt keinen Nerv. Hi, na? Zero? Ich habe Zero-Zuck gekillt. Ach, Spielverderber. Was haben wir? 16, 14. Geil, ey. Ich näher mich meiner Minus-KD wieder. Ist das schön. Hallo, ich stehe genau neben dir und fick dich in den Arsch. Alter, darauf kam ich gerade überhaupt nicht klar. Ach, geil. Haben wir verloren. Super. Habe ich mit Plus-KD, dafür habe ich mich nicht gemeldet. Steigt euch ab. Okay, 9-11 geht noch, ganz ehrlich. Bedrohung schon. Aber so heftig waren die Gegner gar nicht. Irgendwie, ich muss überhaupt noch richtig hart in den COD wieder reinkommen, ganz ehrlich. Das ist echt... Das ist echt hart. Wie scheiße ich momentan eigentlich noch bin. Meine Reflexe sind irgendwie null, irgendwie... Mein Aim juckt mich nicht. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall echt noch richtig hart reinkommen. Das ist echt nicht mal normal. Ich glaube irgendwie, das wird ganz schön langsam hart und dunkel für die Cam. Ich bräuchte echt so einen zweiten Bildschirm irgendwie. Ich wäre auch nicht so fackert. Wo ich sehe, ah, okay, Cam, sieht so aus, sieht scheiße aus. Ich könnte einfach mal das Licht heranmachen, aber ich glaube, das wäre dann jetzt wieder übertrieben, viel zu hart belichtet. Ja, da wird die Heavy Metal Band wieder ab. Sehr schön. Jo, dann würde ich mal sagen, ich habe hier erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim Mix-Part von Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer. Haut rein, ihr Ficker!